Was für Frauen sind da mit dabei? 139 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, nehme ich an, oder sind das Frauen, die von überall her kommen? Ja, also ich habe auch deutsche Staatsbürger, die jetzt in Vorarlberg sind, also das habe ich so ein bisschen geöffnet, weil ich gesagt habe, es sind ja auch Frauen, die zugegrast sind oder zugezogen sind, sind ja auch Gsiperntinnen, wenn sie hier wohnen und das ihr Lebensmittelpunkt ist. Und es ist ganz ein gemischtes Potpourri, also ich habe Pädagoginnen, ich habe Frauen aus der Wirtschaft, ich habe Politikerinnen drin und das ist mir auch zukünftig ganz wichtig, dass es offen ist. Also ich möchte nicht, dass ich sage, okay, es ist nur Wirtschaft oder es ist nur Kultur, sondern das, finde ich, macht auch diese Buntheit und Diversität aus, dieses sich für alle öffnen und auch dieses Gsipertinentum. Ich finde, dieses Gsipertinnen ist ja auch breitläufig und das finde ich auch wichtig.